Moin Moin und herzlich Willkommen zurück. Mein Name ist Theorim. Ja, es ist wieder Titan-Quest angesagt. In der letzten Folge haben wir, besser gesagt, bin ich schon wieder verstorben. Juhu, ich freue mich. Wir waren auf einem Friedhof. Da habe ich ein bisschen leicht übertrieben. Aber man lernt nie aus, hoffe ich zumindest. So, jetzt gehen wir mal so um mein Grab zurück. Einmal noch rucki zucki geht das. Also hier waren wir auch. Das müssen wir jetzt einmal über die Brücke. So. Oh, habe ich euch übersehen. Das tut mir ja leid. Gold Ja, ich wollte zwischen der Folge was verkaufen aber wie ihr seht habe ich es nicht gemacht Müssen wir wohl gleich alle zusammen machen Aber schauen wir mal So Genau, jetzt ab nach Norden und dann müsste da mein Grab irgendwo sein So, jetzt nicht am besten reinpreschen, so wie eben so Kamikaze mäßig Das haben wir so, einmal hier so nochmal stückeln Zack Mal draufklicken hier So Ab, runter Und schon wieder ein Grab Mal kurz mal wegmachen Moment, wo kommt hier denn alle her? Ein bisschen was trinken Auf diesen Satz habe ich gewartet Noch mehr kannst du nicht halten Ach Mann So Da muss ich wussten Noch mehr kannst du nicht halten Du hast keinen Platz mehr Ich hab keinen Platz mehr Was bist du denn da? Ein Schrein Ja, das ist schön Was bist du denn? Kampfmarkierung Dein Gepäck ist voll Dein Gepäck ist voll Ja, dann macht das doch leerer hier So, alles hier Getränke mitnehmen Äh, Tränke Meinte ich Hier ist was grünes Ein Kolben Ein Kolben Das ist was für mich Das ist was für mich Aber für Fein, 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 fein Aber 18 Ich bin 15 Okay Da ist wieder schon Monster Monster Boss hier Ich kann dich schon mal mitnehmen Hier Das war getroffen Gut Dann einmal Größer werden Bitte Einmal größer werden Danke Oh Gott Oh Gott Oh Gott Trink was Trink was Trink was Raus aus dem Grüne Hier Hier Ginto Die Welke Ja Sinte Von Cesalien Ach du Scheiße So nenne ich die Folge Ach du Scheiße Mensch Stirb Doch So Hall Julia Nochmal Ihr nervt Ihr nervt Man kann nicht mal in Ruhe mal Durchschauen So Guck mal So Inventar Du kannst weg Weil ich euch eh nicht Tragen Kann Weil das war Verkehr glaube ich Dich wollte ich doch haben So Guck mal Was ist das Kann weg Wir haben ein bisschen Geld auf der Tasche Von daher Ähm Du kannst weg Du kannst weg Du kannst weg Du kannst weg Ähm Du kannst weg Du kannst weg Was weiß es Super Super Aufgenommen Superschön Wenn ich dich jetzt nehme Ja Ist klar Du kannst weg Du kannst weg Du kannst weg Zähnen Du kannst weg Schade Dass ich alles wegschmeiße Aber das grüne Bereite Ich Sehr schön So Pieper pieper Pupp 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 Getrank Lass ich Äh Trank Näm ich mit Rass Rass Lass ich liegen Rass Garn ich Gar nicht Darauf geachtet Gerade Trink Thierry im Trink Pupp Pupp Puh So Mensch Hingskinder Stirb doch mal Hier unten geht noch weiter Da unten geht noch weiter Jetzt seh mal einen an Wollte grad sagen, gar nichts los hier Punkte hab ich alles verteilt, ne? Ja, sehr schön Gut Mit diesem Grab sind wir fertig Ich trinke noch einen Schluck So Okay Ich möchte gerne einmal hier hin Die anderen lasse ich da Die lasse ich am Leben Wieso greift er mich andauernd an? Hm? Alt-Athens-Schlachtfeld Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Hier 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 Oh, hätte ich gar nicht machen brauchen Ich hasse Bogenschützen Wo muss ich denn hier lang, leidings Wo muss ich denn hier lang, leidings? Warum erzählt mir das keiner? Warum erzählt mir das keiner? Schrauben Wo ist es? Er Ja jetzt verstehe ich jetzt weiß ich wo wir auch sind du bist so wie der bogenschützen hier wie die bogenschützen ich mag euch nicht weil ihr immer abhaut wenn ihr mal stehen bleiben würde dann ist das kein problem aber nein die haut immer ab so gut so da war der verkenner knapp die ich wollte hier haben eigentlich das andere lasse ich liegen ja ok gold nehme ich mit da haben wir fast die millionen voll fast fast hier haben wir noch eine truhe hier 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 komm wieder rein ne ne ok hier 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 supi so einmal zweimal ich möchte jetzt neue meisterschaft wählen und zwar möchte ich gerne kriegsführung zweimal hier rein dich und dich genau genau so will ich es haben denn möchte ich gar nicht genau alles gut genau so will ich es haben ich möchte nichts weißes aufnehmen so so ich würde krass sagen hey warum greift die mich nicht an was ist das denn ein dummy ok truhen energie dran und gold nehmen wir mit her ja hier gut sehr schön sehr schön sehr schön kommt alle zu mir ja noch einer ja du auch gold nehme ich mit das lass ich da alles was grünes nehme ich erstmal mit hier 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 hin hier hier oder hier zeit eine etwas längere Folge. So, okay. Ich möchte ja alles hier auffüllen, äh, die Karte aufdecken. Ich möchte ja auch nichts hier verpassen. Okay, hier ist die Sackgasse. Vielleicht? Nein, hier oben. Halt, hier ist was. So, sehr schön. Haben wir da noch irgendwas übersehen? Ja, hier ist noch so ein Trank. Mal auf den Landtag. Ja, hier oben können wir nochmal gucken, was da los ist. So, wenn die Wildschweine mich nicht angreifen, tue ich nichts. Halt. Fein. So, Bogenschütze. Äh, hallo. Gehst du mal ein bisschen dichter? Thierry? Danke. Geht doch. Na, siehste. Sehr schön. Gut. Ja, haben wir noch ein bisschen Gold übersehen? Ja, nehm ich mit. Das nehm ich mit. Stärke. Also, das lassen wir da. Halte ich hin. Kommt ihr zu mir? Das ist nett. Das ist sehr nett. Gut, weiter geht's. Trank nehmen wir mit. So seid ihr. Nehm ich nochmal mit hier. Einmal gehen wir mit. Ja, ganz schön. Das geht jetzt? Töten, ihr. Töten, ihr. Wir werden wieder nach Osten. Das mag ich hier lang. Aber das scheint, ein incident so sein. Genau. So, habe ich mir schon leise gedacht. Hallo, wo sind wir jetzt? Lass mich raten. Nun, was ist alles passiert, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe? Ich bin sicher, deine Geschichten sind mindestens so lang wie meine. Ich denke nicht. Ah, du schon wieder. Immer noch am Leben. Ich bin selbst froh, hier zu sein. Ich hatte gedacht, wir Spartaner könnten diesen Albtraum selbst beenden. Ich war ein Narr. Des Stolzes wegen haben wir Hilfe von unseren griechischen Brüdern abgelehnt. Und Sparta hat durch die Monster große Verluste hinnehmen müssen. Ein Soldat kennt nur den Angriff. Aber ich muss mehr sein als ein Soldat. Ich muss ein Krieger sein und lernen, meinen Stolz zu zügeln. Es ist klar geworden, dass die Spartaner sich mit allen Griechen vereinen müssen, wenn wir eine Chance gegen diese Monster haben wollen. Die Prophezeiung des Orakels sagt mir gar nichts. Aber deine Taten auf dem Parnass wären eines Heldenliedes wert. Dieser Telkine, von dem du sprichst, muss der Anführer der Horde sein, die uns angegriffen hat. Auf dem Höhepunkt der Schlacht ist er verschwunden. Dadurch konnten wir die Monster zurücktreiben. Ich habe Berichte von Scharmützeln innerhalb der Stadtmauern gehört. Ich kann aber keinen Läufer entbehren. Würdest du nach dem Rechten sehen? Ja, selbstverständlich. Uiuiui, okay. Sämtliche Aufgaben gelöst und aktualisiert und abgeschlossen. Gehen Sie den Gerüchten nach, dass Monster die Maulen von Antin durchbrochen haben. Und ein Spantaner ist noch mehr vermisst. Okay. Jetzt sind wir in Athen eingelandet. So. Ich würde mal sagen, für diese Folge reicht's. Ja, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich würde mich freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt, beziehungsweise vielleicht auch noch ein Abo. Würde ich mich selbstverständlich auch darüber freuen. Ähm. Joa. Bis zur nächsten Folge. Tschö.